Salutem plurimam, dicimus omnibus, qui spectant, hangteniolam. Nomen mihi est Antonia Wenzel. Mihi nomen est Felix Mundt. Linguam Latinam docemus in Universitate Berolinenzi Humboldtiana et unacum lingue latine studiosis, eum pulcherimum doctissimum et vere aurium libellum conscripsimus, qui inscribitur Berolinum Latinum. Ja, jetzt nochmal ganz kurz auf Deutsch. Wir sind Antonia Wenzel und Felix Mundt. Und wir haben ein Projekt gemeinsam verwirklicht mit Studierenden der Humboldt-Universität. Das ist der erste Berlinführer auf Lateinisch mit dem schönen Titel Berolinum Latino. Wir sind mit dem Lateinischen hier in Berlin auch sehr gut angesiedelt. Wir haben zwar keine Römerkastelle bei uns in der Nähe, hier waren die Römer nicht, aber wer mal mit aufmerksamen Augen durch Berlin läuft, sieht viele lateinische Inschriften. Allein die Architektur ist geprägt durch Griechenland und Rom über den Klassizismus natürlich. Wilhelm von Humboldt hat hier versucht, die humanistische Bildung zu etablieren. Daher, warum nicht ein Berlinführer auf Lateinisch? Ja, und können wir nur noch sagen, venite, emite, ledite. Valite et salvete. Schauspieler Falsch 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 Untertitelung des ZDF, 2020